Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht heute in das Spiel. Wir haben sie eigentlich dominiert, würde ich sagen, bis auf eine kurze Phase, wo sie rangekommen sind. Es war ein tolles Spiel, ein tolles Team-Effekt. Wir haben den Ball gespielt, wir haben uns gespielt, wir haben uns gut gespielt, offensiv und defensiv. Es war eines der wichtigsten Spiels der Saison, das letzte Spiel, wir mussten uns gut an den Fans geben, und wir mussten uns auf unsere Vakation gehen. Wir mussten uns auf eine gute, gute Ebene und eine gute Mühle. Sehr gut, sehr gut Tigers. Ich glaube, dass wir unser Charakter als Team gezeigt haben, nicht auf die Saison gegeben haben. Und ich meine, wir haben uns auf ein schweres Monat, mit zwei Wüns hier gezeigt. Ich glaube, dass wir nicht auf die Saison gegeben haben, und wir wollten uns gut für die Fans in Tübingen. So, ich bin wirklich glücklich, dass wir heute mit einer großen Vakation haben. eigentlich nicht auch viele Rundern flütteln. So, sie ist auf den Köln. So, sie sind auf den Köln, und wir wollen uns gut an. Was sind die Saison? Du kommst an! Ja so, sie sind. Also, es sind die Saison. Und wir wollen jetzt den Köln. So, sie sind die Saison. So, sie sind die Saison. серien! Und wir wollen gerade haben zu den Köln. So, es sind die Saison. Und wir wollen alle von uns auch ein besonderes Konflüsse. Und wir wollen alles. Heute wollen uns auf das Geld. Und wir wollen sie auch etwas gefehlt. Und wir wollen die Saison. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020